Hallo Leute und herzlich willkommen zu Blair Witch. Es ist etwas passiert, das nicht gut ist. Zwar, erst mal die Audio, das heißt einfach nirgends von Blair Witch. Einfach weg, nirgendwo. Ich habe aufgenommen, aber die ist einfach weg. Und jetzt wollte ich gerade einfach zumindest das Bild noch cutten, damit ihr zwingend ein bisschen Gameplay habt, dass ihr ein bisschen auf dem neuesten Stand seid, sage ich mal. Nicht mal das. Es ist einfach ein Bild. Die ganze Zeit lang, solange ich aufgenommen habe. Ab und zu wechselt es noch ein bisschen, aber mehr nicht. Sound ist sowieso auch irgendwie keiner da. Es nervt, es tut mir leid, aber ich, also ich kann ja nichts machen. Was soll ich denn machen, wenn es immer abstürzt? Also abstürzen tut es ja nicht mal, wenn ich dann eine Aufnahme beenden, bei der Audio-Teile ist es meistens einfach weg, juckt nicht. Und beim Video, ja keine Ahnung, was da schief gelaufen ist. Auf jeden Fall tut es mir leid, aber wir werden so um Ostern, haben ich und ein paar Kollegen so ein Projekt. Schaut unten in der Videobeschreibung auf dem BB-Cent-Channel vorbei. Kennenl, Alter. Das weiß ich auch komplett. Wir haben nur ein Projekt, ob es umgesetzt wird, ist noch nicht so 100% klar, aber wir sind auf jeden Fall gut in den Vorbereitungen und es läuft alles. Und dann auch unbedingt Minecraft. Da habe ich aber ein Info-Video dazu gemacht, das, ja, werdet ihr sehen. Heute ist halt leider jetzt nur dieses Video. Es tut mir sehr, sehr leid und ich hoffe, dass es wird in Zukunft nicht mehr so oft passieren, aber was soll ich denn machen, wenn es einfach nicht geht. Aber so richtig spannend ist es eigentlich nicht passiert. Es ist mehr, ein bisschen mehr Jumpscares noch und dann verwirrt rumlaufen, aber groß ist eigentlich nichts passiert. Von daher habt ihr auch nicht so krass was verpasst. Naja. Es tut mir leid. Ich hoffe, in der nächsten Zeit wird es nicht mehr passieren. Dann würde ich jetzt sagen, bis dem nächsten Mal, Leute. Ciao. Ciao. Ciao.